Das Papier verschwinden lassen Oh mein Gott, Freunde, wir haben so viel davon schon gesehen Aber ich bin mal gespannt Dieses Mal ist es eine Paprika, Freunde Er probiert jetzt komplett das Papier da Verschwinden zu lassen, es sieht jetzt schon sehr strong aus Aber man sieht auf jeden Fall noch übel den Unterschied Den Übergang wird da nicht so geil hinbekommen Wenn ihr es denkt, lasst einen Daumen nach oben da Aber ich glaube nicht, dass er es schafft Bro, man sieht es übertrieben Oha Oha, dieser Schatten, also dieses Licht noch Oha, jetzt geht es richtig Bro Okay, nee, aber Bro, man sieht es ja übel Was hat er jetzt gemacht? Juge, der Hintergrund ist heugut Was? Bro, lass ein Abo da